Stimmt auch gar nicht. Der guckt mich gerade an. Du 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 du. Aua. Weiche. Das war nicht gerechtfertigt. Was? Verschlagen von dir? Nein, dass du mich mit Stein eingebaut hast. Das war klar gerechtfertigt. Nein. Auf jeden Fall. Nein. Zufällig ja nicht so. Zufällig auf jeden Fall. Nein. Äh, doch. Nein. Und dann. Äh, ja. Genau. Und dann. Das war das, ey. Und dann und dann. Ey, die hat echt keine Kiste, äh, kein Kraftinterviel. Warum auch? Und nützlich. Nein. Und nützlich, ja. Und nützlich. Heidi und der ein Öli. Ihiihihi. 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 und sein oder heidi und die lustigen ich dachte spitzbuben der berger die ein höhere es ist weg auf der heidi gibt es kursen ja das ist das gelaufen wie aus dem ruder und erinnern ich bin nicht verantwortlich das alles julian schuld das sind überhaupt nicht damit angefangen ich würde es nie tun alles julian schuld also auch mit der schaufel abbauen okum wie schnell das ging er guck hat abgebaut so wenn das noch in den jetzt sehe ich ja gar nicht mal so junge krieg kann das sein ich wollte mal ich habe gleich noch über einen halben sech das ist besorgt dass die tasche voll sind so mann ey mann ey mann was sind ein fischer sind ein fischer wieso sterben die im wasser weil sie verdursten idioten tinsäcke luft idioten kriegst du erde in dein luft erde in dein luft oh yeah oh yeah macht sinn was machst du da drüben jetzt schon wieder der verfolgt mich stimmt doch gar nicht der guckt mich gerade an du 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 Aua, weiche ich krieg dich ich krieg dich ich krieg dich Niiiiiii Oh nein, ich verbrenne Im Wasser Ha, du ertrinkst Schade, du verbrennst Hey Oh mein Gott gut, dann würde ich sagen, bricht das Hol das Hol ist immer eben in die Kiste und soll man explodieren das Schwert Ich war es halt in der Nähe Ich hol mir jetzt Pfeile Nein, wir haben keine Pfeile mehr Weißt du Nein, haben wir nicht Das ist natürlich blöd, ne? Ja Tschüss Nein, nein Juhu Nein No Ist so Ich bin das Das ist doch mal Alter Du bist halt vertrieben Juhu 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 Folge den Kommissarum Juhu 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 so da 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 ich habe keine Pfeile das ist sehr empfiegend ich verlege gerade was die Wartungsarbeiten geschlossen das wird es noch grünen verstehen wieso was ja weil da kein Schild dabei ich habe Pfeile was hast du gemacht Pfeile was für Zeile Pfeile keine Pfeile und wo soll er nicht verzaubert aber ich habe böse nie lass das mal lass mal lieber es ist kein Auge gehen soll es auch ne soll es doch auch was denkst du denn warte mal in Holz da rein dann das da Leitern da das das holz von oben noch mit rein und dann wegen Wartungsarbeiten geschlossen ich bin so bescheuert ich bin so bescheuert ich bin so bescheuert ich bin so bescheuert auch mit ja garantiert dadurch ich weiß es nicht ja ist okay die er sagt es so geht aber auch weiter ich fand es ist nicht schon übel sei doch noch ein bisschen schwanzvoll schwanzvoll die m ich bin auch ein wenig Treppen die Kronen Kronen Mönnen wir eigentlich es ist ob ich glaube dass er genug holz es ist da ich habe die pk weil ich schon gegeben habe du hast ein Pfeil im Auge ja ne 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 echt? das wird wirklich im Auge hab ich schon was hab ich für den Aim Aimboards das kann ins Auge gehen mhm mhm ok das kann man auch wieder falsch verstehen hier Waffen irgendwie ne nur Verzöger, oh Gott ne haha haha mhm 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 wie 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 das ist doch hier auch oh 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 lasst es bitte bitte lassen sie es ja ja ich höre schon mhm haha oh ich hab eh schon immer noch keine Pfeile aber ich hab schon wieder EP gekriegt ne das hört sich nur so an das kenn ich auch achso ich hab wieder EP schon mhm eben das so wegbringen dann hab ich's was er verbringt der verbrückt mich einfach nur was auch wirklich ne war es verbrückt dich hast du irgendwie so Paranoia oder alles klar alles gut mit dir? ja versteh die Erde haben auch 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 Wolle ach ja Wolle 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 so ich bringe eben das Sound von und dann können wir hier auch du hast verstanden ja ich hab leider verstanden es war mal weiße ja da bist du rot gefärbt ja wenn wachsmaalkreide 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 kreide wachsmaalkreide wie viele Fälle hast du? noch sieben liebe Mama aber dann wird's nicht töten kannst naa natürlich nicht aber das war natürlich schon zu viel oh natürlich was? du hast natürlich gesagt ich hab natürlich nicht gesagt nein ja das ist nicht zählbar nicht dazu mit gerissen eh hast du Glas zufällig? 1 oder 2 oder 3? ich hab sogar was hier hallo dumm oder so eh oh Glas eben noch Glas einsetzen eben noch dass dann will ich noch das man nicht betrachten dieser Schlechtes äh äh ja 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 es sieht wunderschön aus oh scheiße da kann man ach geh doch weg raus was ist das? wenn du schon so hörst oh god geht wieder was dein original Größe so warte warte nee 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 geh weg geh einfach weg nein wache es nicht nein geh weg nein geh weg ich hätte gedacht wenn das Haus abgefuckt wäre geh aus meinem Haus ok so es geht nicht aus oh ich es geht nicht aus es geht nicht aus oh jaja alter ok ich bin draußen ich habe gerade Wolle gehört nein das hast du dir eingebildet das zittert Menschen oh jaja hier hast du kein Leben so solltest du das nicht wollen sparen ich mir auf alter nicht werde ich sagen ne ja doch äh wenn du mal rauskommst vor deiner Tür ne das war ich nicht nein nein du wirst nicht was ich meine es ist auch rot ich weiß nicht was der ist ich weiß nicht was der ist wenn du dir die Fackeln wegdenkst nee das werde ich jetzt wissen was Fackeln wegdenkst oh jeski das hast du ihn gemacht das war ich nicht so machen wir so nein nein oh oh das kann böse funktionieren kann aber du bist mir so schlecht guck's euch doch ach was im Auge ach komm jetzt hier Ende Schluss aus vorbei ich hab was im Auge hier ist die Züge hier du hast echt im Auge hast du so nur ein Auge na dann halt so na in dem Moment Augenblick in dem Moment Augenblick in dem Moment Augenblick so hab ich ihn wieder er steckt ihn dir drin du hast ihn nicht wieder du hast im Auge eh ne 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 da kriegt er Skills von dir ich weiß ne 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 denn hier irgendwo doch da zwei schüsse gekriegt krieg ich den krieg ich nein danke Ich hab keine Feile mehr. Ich glaub, es sind nur ein Feile, Alter. Wo ist der? Da, in dir drin. So, jetzt ist Schluss hier, komm, aufhören. Ich hab sowieso keine Feile mehr. Ich geh da oben drauf. Ich bitte, der schubst mich gleich runter, aber egal. Oh Gott, das sieht so aus. Hast du dich eigentlich auf eine Idee gebracht? Nein. Du wagst es nicht. Nein. Nein. Warte. Warte. Du hast mich auf die Idee gebracht, hättest du es nicht gesagt, hätte ich es nicht gemacht. Na grad jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal zu... Let's play Minecraft together. Fick dich doch. Fick dich einfach. Anreg teuer manter mich. Jetzt ist etwas кто andere. Die mammachten, dann kein DaumenKotter. Sgena Sli Twitch. Und ein Kollegesay Sachs aus.